Ich bin Polly Flint. Ich wohne bei meiner Tante M. Miss Riddler gegenüber. Mom! Dad! Ich hab auf der Wiese einen Engel gesehen. Gerade eben jetzt. Ein was? Einen Engel, Mom. Auf dem Hügel, gerade eben. Ganz weiß und mit Flammen. Er sah so wunderschön aus. Hör jetzt aber auf, Polly. Was erfindest du da für Geschichten? Das sind keine Geschichten. Hat man dir schon erzählt? Erzählt? Was? Von dem verschwundenen Dorf. Boy, was macht man denn mit einem Baby? Besonders, wenn es vielleicht schon 500 Jahre alt ist. Ausgesetzt. Sie sieht uns also tatsächlich und sie hört uns auch. Oh, sie wird uns auch ungericht sein. Jetzt machst du aber halblang, Granny. Sie ist doch nur ein kleines Mädchen. Waren heute wieder Schatten da? Wir können nur zwischen dem Maitag und der Midsommernacht in deine Zeit schlüpfen. Und nur zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang. Ich will nicht hoffen, dass das zur Gewohnheit wird. Und Dichte in der Familie ist nämlich mehr als genug. Das kann ich dir sagen. Das kann ich nichtbinatisch. Untertitelung des ZDF, 2020